Guten Morgen! Guten Morgen! Ähm... Ich brauch Holz. Ich glaub, ich hab das letzte Holz genommen. Ach, das macht nix. Ich geh mir welches holen. So... Das ist nur die Frage, hab ich überhaupt noch normale Bäume? Also diese... Buche, glaub ich, heißen die Dinger? Ne, hab ich nicht mehr. Hm... Ach, lauf doch mal schneller. Dann gehen wir da hinten abholzen. Hier rennen da überall Schafe rum. Die sind alle ausgebüxt. Gelbe und schwarze Schafe. Also noch Kühe. Die Kuh nehmen wir auch noch mit. Schon wieder ein paar Rahmen. Ach, verdammte Timbermott funktioniert ja nicht. Stimmt ja. Das geht ja auf dem Server immer nicht. Ja. Meine Mods geht's auch nicht. Ich glaub, es geht nur, wenn du die auch hast. Ähm... Ja, das kann sein. Das weiß ich gar nicht. Ich kenn mich da nicht so aus, was Mods und Server angeht. So. So. Sollte dann auch fast an Holz schon reichen. Mehr nehm ich gar nicht mit. Ein paar Setzlinge wären doch schön. Setzlinge... Da genug. Das reicht. So. Dann wieder zurück. Na, lauf doch. Da fehlen jetzt noch die Rahmen. Ja. Die fehlen noch. Und das Büro natürlich. Büro machen wir später. Machen wir jetzt erstmal das Büro. Mal gucken. mal gucken. Bei mehr anderem machen wir dann auch nachher. So. Hier hat noch gefehlt der Schreibtisch. ich habe ein enges büro hier das war falsch das war irgendwie auch falsch ok und dann die Platte so dann brauchen wir einen Monitor was nehmen wir denn jetzt als Monitor ich habe gar keinen Stein mehr dabei na, holzt sie blöd aus gucken, ob ich da noch irgendwo Stein habe mit der Kiste hier ja das können wir auspacken das auch dann kann ich das Holz auch mal einsammeln Stein und eine Platte eine und dann das Bild na mach jetzt Monitor ach Bilder sind schrecklich, da brauchen wir mal Stunden für ja oh ja dann fliegen sie noch ähm wild durch die Gegend noch ja das ist schon sehr nervig ja ja mh das scheint nichts zu werden irgendwie so jetzt super Licht haben wir hier genug drinnen na Grünzeug gibt es hier keins kann man das erstmal nicht hier bräuchten wir auch noch einen Monitor so noch mal ein paar Stückchen und ein Bild so ach jetzt geht es wieder los ah das ging schnell, das ist gut so auch fertig gehen wir eigentlich nach oben da habe ich denn jetzt das Eisen gelassen da habe ich das Eisen das habe ich dabei ein Stückchen nehmen wir auch mal mit da habe ich das Eisen und das packen wir erstmal aus 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 ja ja die Schaffabrik ist dann bald fertig die Schaffabrik ist dann bald fertig ähm hier war das genau 2 2 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 7 9 9 10 11 11 11 12 11 2 2 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 Passt das dann? Und dann brauchen wir noch einen Hebel. So. Und das da. Und den Knopf. Ich hab da noch zu viel Zeugs dabei. So, Wasser müssten wir da noch holen. Da kommt noch eine Tür rein. So. Und hier machen wir... Machen wir das hier am besten. Kommt auf jeden Fall ein Bett rein. Das stellen wir mal hier hin. Das würde ich aber gerne ein bisschen verstecken. Na, lassen wir das erstmal so. Und dann machen wir hier. Das ist der Aufgang. Das stellen wir hier ran. So. Gut. Ich denke das reicht. War mir die Tische dann noch. Zaun hab ich dabei. es wird glaube ich wieder dunkel. schon wieder. das ist echt, das ist viel zu schnell. ach Mist. so, das will ich noch verstecken irgendwie. da muss dann natürlich noch was zu essen rein. ich glaube unten habe ich noch kohle. ja da müssen wir erst mal schlafen. ja okay, gute nacht. guten morgen. ja, ähm, kohle haben wir keine hier. da habe ich noch zwei steinziegel. und ein paar mehr machen. und oben das Bett noch ein bisschen verstecken. äh, so. das ist dann, ja, so eine art sanitätsbereich wird das. so, ich denke so ist das gut. ähm, das ist natürlich wegen dem lichter blöd das zuzumachen. wir lassen das so. ist schon okay. so wasser müssen wir noch holen. und ein bisschen grün Zeugs. und hier. ach, das war verkehrt. mhm, lachs oder? na super. nimm den Abo jetzt mal hin. dann holen wir uns Eimer. na lauf. 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 so, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas habe. Rahmen habe ich hier noch einen. das ist schon mal gut. das Glas können wir erst mal auspacken. das auch. das auch, geht nicht. dann nehme ich den Rahmen nämlich mit. mhm, ich brauche Blumentöpfe. und noch ein paar Zäune. Blumentöpfe. äh, ich habe keine Blumentöpfe mehr. sowas. hab ich doch bestimmt vielleicht da hinten. ach, die Eimer habe ich jetzt auch vergessen. Blumentöpfe? Blumentöpfe? ne, auch nicht. das gibt's doch nicht. gut, dann, ähm, in der Brennerei müsste noch Lehm sein. holen wir eben da Blumentöpfe. äh, ey, lass mich da rein. jetzt habe ich den Rahmen da draußen hingemacht. und so viel Eisen brauche ich gar nicht. packen wir mal ein bisschen was aus. nehm von hier zwei Eimer mit. das können wir auch mal raus machen. bisschen Kohle nehmen wir mit. mhm, dann reicht's grad noch so viel Lehm. Ziegel. okay. wie kann ich denn da machen? geht doch nicht so. ah, das passt doch genau. okay. so, dann haben wir alles. jetzt kann ich nur gar keine, gar kein Wasser mehr holen. doch. das geht. na. so. so. dann erstmal das Wasser wegbringen. einmal hier. und die Kohle da rein. so, dann können wir gleich noch ein paar Rahmen machen. jetzt habe ich den Rahmen an der Dings an der Brennerei vergessen. den ich da an die Wand gemacht habe. so. zack. das sind ja nicht allzu viele. muss erstmal reichen. blumen brauchen wir noch. blumen hatte ich hier auch. blumen brauchen. rote rosen. reichen setzen wir noch mal. ja, nehmen wir das. so, dann sieht das hier schon mal ein bisschen freundlicher aus. das Büro ist eigentlich viel zu klein, um da irgendwas zu machen. hier kann man eventuell. hier kann man eventuell. äh. stellen wir was auf den Schreibtisch. grünzeug drinne. und dann hier oben ist genug Platz. mal ein bisschen schöner machen. so. und da. so. okay, dann ist hier eigentlich fertig. eins nehmen wir hier nochmal mit. so. das war's. hier oben ist fertig. hier oben ist fertig. hier oben ist fertig. die Schafe sind eigentlich soweit fertig. da müssen wir noch die Rahmen machen, das Lager machen. Ähm, hier waren Scheren drinnen. So, Scheren, eine behalte ich jetzt noch. Können wir noch ein paar Scheren machen. So viel nun auch nicht. So, das sollte dann an Scheren erstmal reichen. Hier oben waren die Farben drinnen. Machen wir auch einen Rahmen ran. Eine Farbe in der Tasche? Nein. Nehmen wir da eine raus. Ja, so. Und hier kam ja dann das Getreide rein. So. Dann. Ich wollte eigentlich immer zwei Stück daran machen. Und nicht nur eins. Äh, ja. Was machen wir denn hier rein? So, schwarz, ne? Schwarz. Genau, mehr Wolle habe ich jetzt auch gar nicht dabei. In den Listen hier habe ich immer nichts. Okay, dann, ähm, ja, gehen wir mal füttern. Und schon mal einmal scheren. Gehen wir mal weg, da, du Schaf. Gehen wir mal weg, da, du Schaf. Gehen wir mal weg, da, du Schaf. Können wir die Wolle gleich wegbringen. Ähm, ja, hellblau. Ja, wo machen wir das denn hin? Ich packe das erstmal hier rein und die Kies dann da rein. Na, falsche Richtung. Und die. So. Und auch füttern. Dann zu den grünen. Hier hat sich ein hellgrünes rein verirrt. Wie auch immer das zustande kam. Aber das lassen wir leben, das lassen wir dann einfach hier drinnen. Ist ja nicht so schlimm. Grün ist grün. Einen Platz habe ich noch. Auch füttern. Noch grün, also die hellgrünen, die kann ich noch machen. Da habe ich noch Platz für. Ich werde dunkel. Nicht schon wieder. Ist ja echt schlimm. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal wieder schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.